Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astrologie und Partnerschaft. Und in dieser Reihe schauen wir uns ja die persönlichen Planeten an und wie die auf deinem Partnerschaftshoroskop wirken, beziehungsweise was denn deine persönlichen Planeten über dich in der Partnerschaft aussagen. Und die persönlichen Planeten sind ja im Gegensatz zu den unter Anführungszeichen Schicksalsplaneten, die Planeten, die schneller um die Erde laufen, also die der Erde näher sind. Das sind die zwei Lichter, Sonne, Mond, dann haben wir Merkur, Mars und Venus. Und über Sonne und Mond haben wir uns ja schon unterhalten in dieser Serie. Und jetzt schauen wir uns mal die Venus an. Ja, und die Venus gilt ja so als Liebesgöttin, als Göttin der Sinnlichkeit natürlich und der Ästhetik und der Schönheit. Wird da den Zeichen Waage zugeordnet, also es gibt ja die Venus-Waage und dann gibt es die Stier-Venus. Ja, und das sind so unterschiedliche Erscheinungsbilder der Venus. Die Stier-Venus ist mehr so diese füllige Venus von Willendorf, diese Urmutter, dieses Nährende. Also die Erdgöttin auch und die Waage-Venus ist mehr so diese, ja, wie die Venus aus der Muschel, die in diesem Gemälde, wo mir gerade der Maler entfallen ist. Aber du weißt sicher, was ich meine. Na, auf jeden Fall, ich denke Botticelli. Ich glaube, Botticelli war es auf jeden Fall. Die Venus steigt aus der Muschel raus und das ist eben so die Ästhetik, die Kunst. Und die Venus im Horoskop drückt ja aus, wo wir uns wohlfühlen und was uns eigentlich so gefällt. Also das Wohlfühlen, das ist so dieses, dieses mit was werden wir inspiriert, wo fühlen wir uns geborgen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn die Venus in welchem Zeichen bei dir steht. Das kannst du dir ja anschauen in deinem Horoskop. Venus ist so dieses Weiblichkeitszeichen, wo die dann steht. Und vielleicht siehst du ja da auch eine Parallele zu dir. Fangen wir gleich mal an mit dem Widder. Also die Venus im Widder, die fühlt sich natürlich wohl. Was wäre denn so ein Umfeld, wo sich eine Venus im Widder wohlfühlt? Also einmal fühlt sich die natürlich wohl immer bei so Sportevents, wo es um Wettkämpfe geht, wo etwas Aufregendes ist oder wo man selber etwas tun kann. Also das ist immer so ein bisschen so eine Action-Venus, würde ich mal sagen. Also keine Ahnung, Paintball-Spielen, Ritterspiele fallen mir da ein, Autorennen fallen ein, natürlich sämtliche sportlichen Wettkämpfe sind da aufregend. Oder wenn man auch einmal wirklich so sich sportlich herausfordert, wie ein Gipfel erklimmt und solche Sachen. Also das ist eine Venus, das würde dieser Venus gefallen. Und wenn das eben so partnerschaftlich aspektiert ist, dann ist das dann auch wichtig, dass man natürlich einen Partner hat, der das irgendwie so mit abdeckt. Weil sonst kann es eben sein, wenn man da zum Beispiel einen Partner hat, dessen Venus, sagen wir in der Stier-Venus ist, also im nächsten Zeichen, dann wäre das natürlich so eine Venus, da geht es ums gute Essen, ums versorgt sein, ums gemütlich sein, ums daheim sitzen, sich daheim wohlfühlen. Also daheim ist daheim und alles ein bisschen ruhiger, beschaulicher. Hausmusik fällt einem da ein dazu. Und wie gesagt, das Essen ist da ganz ein wichtiger Teil, auch dieses Wohl, also dieses sich gut gehen lassen. Und da merkt man schon, das ist ein ganz anderes venusisches Temperament, würde ich sagen. Also so zwischen Wider-Venus und Stier-Venus. Wenn es eine Zwilling-Venus ist, dann geht es darum, also wenn die Venus im Zwilling steht, im Zeichen Zwilling, dann geht es darum, um Wissensaustausch, um viel Kommunikation auch. Also da fühlt man sich wohl, wenn man entweder auch Nachrichten hört oder sich selber austauscht, einen Regenaustausch hat, vielleicht auch kleine, mit den Nachbarn viel quatscht. Also da fühlt man sich dann so in der Zwillings-Venus ganz wohl. Wenn wir weitergehen und die Venus steht im Krebs, dann fühlt man sich im Familienbund wohl. Oder wohl, wenn man für jemanden sorgen kann, also Fürsorge haben kann. Das sind dann sehr fürsorgliche Partnerinnen und Partner oftmal. Und da hat man dann noch so eine Ader, also da fühlt man sich auch daheim wohl, im Familienverband wohl, aber auch im größeren Familienverband. Also nicht nur im Kleinen, sondern da können dann schon die Schwiegereltern, Großeltern und so weiter alle einmal zusammenkommen. Und das ist so die, ja, so ein bisschen so diese Kennzeichnung dieser Krebs-Venus. Und wichtig ist es natürlich im Paarhoroskop immer dann zu schauen, auf was steht denn jemand und passt das zusammen mit dem Partner. Und so kann man sich das dann anschauen. Ja, wenn wir weiter schauen, die Löwe-Venus ist natürlich eine, die will anerkannt werden. Die braucht auch wieder so ein bisschen mehr Energie, Feuer. Die wird gerne, die will gerne auch Erlebnisse, Ereignisse schaffen für andere. Also zum Beispiel auch, ich lade dich jetzt in dieses und jenes Konzert ein, was mir sehr gut gefällt. Also das wäre zum Beispiel auch so ein Bild, wo man dann sagt, okay, die will vorne stehen, will dann auch etwas machen, will lebensfroh sein, will sich nicht so sehr mit Zukunftsgedanken quälen, sondern mehr die Gegenwart genießen, das Leben genießen und nicht zu sehr eben in die Zukunft schauen und auch nicht zu sehr jetzt emotional sein, sondern einfach mal Lebensfreude, Lebenslust ausdrücken. Wenn die Venus in der Jungfrau steht, dann ist das eine sehr rationelle, eher kühlere Venus. Die ist dann nicht mehr so leidenschaftlich wie die Löwe-Venus oder eben so tief fühlend wie das Krebserl. Oder auch der Widder, der ist ja auch sehr leidenschaftlich temperamentvoll. Dann ist das eher so eine Venus, die sich wohlfühlt eben mit einer nüchternen Kalkulation, einer guten Buchhaltung, einer klaren, praktischen Planung. Und da ist es dann nicht immer so aufregend oder die großen kulturellen Ereignisse, sondern da geht es mehr um so dieses, was ist praktisch, was brauchen wir, was braucht es nicht. Also die hat eher so Probleme mit so Verschnörkelten, mit Überfluss. Ganz im Gegenteil natürlich zur Waage-Venus. Wenn die Venus in der Waage steht, dann ist das schon jemand, der sehr darauf bedacht ist, auf Ästhetik, dem vielleicht auch so ein bisschen dieses Körperliche auch wichtig ist. Also wie erscheine ich, wie schaue ich denn gut aus? Also auch so ein bisschen, ja, also mit Make-up und so ein bisschen schauen, sich schminken und vielleicht ein bisschen so ältel sein, ja. Und da fühlt man sich halt wohl, wenn es wo schön ist, ja. Wenn, wenn, vielleicht im Museum, wenn etwas schön eingerichtet ist. Also das wäre so eine Venus in der Waage natürlich ganz wichtig. Etwas Künstlerisches, etwas Inspirierendes um sich zu haben. Da würde sich diese Venus wohlfühlen. Also die käme jetzt zum Beispiel mit einer Jungfrauen-Venus schwerer zusammen, die immer so nüchtern rationell ist. Da geht es bei der Waage-Venus natürlich um diese Erlebnisse, um dieses Inspirierende, um auch um ein bisschen diesen Überfluss, das zu leben. Die nächste Venus ist dann die Pluto-Venus, die Skorpion, also die Skorpion-Venus. Und Skorpion ist ja das große Transformationszeichen. Und da geht es bei dieser Venus natürlich immer um Leidenschaft. Also wirklich um Leidenschaft, um Macht und Ohnmacht, um gewisse intensive Beziehungen. Also da muss eine Beziehung intensiv sein. Und so eine Venus fühlt sich zum Beispiel wohl bei Detektivgeschichten, bei so Crime-Podcasts. Das würde super passen zu einer Skorpion-Venus. Also wo es immer so ein bisschen ein Geheimnis zu lüften gibt, wo es vielleicht auch so Höhlenforscher gibt, also so Tropfsteinhöhlen oder so Sachen anschauen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sich diese Venus wirklich entfaltet. Und auch so ein bisschen so mystische Orte, so was besuchen. Da denke ich, würde es eben so einer Venus gut gefallen, würde man sich ganz gut entfalten können. Aber da muss was natürlich intensiv leidenschaftlich sein und immer so ein bisschen mysteriös auch noch dabei. Wenn die Venus im Schützen steht und Schütze-Venus, geht es natürlich um die Sinnsuche, um dieses höhere Ziel, um Spiritualität, um Religiosität. Also da kann man sich philosophisch, religiös sehr gut austauschen. Da ist es auch wichtig, dass man natürlich einen Partnerin, einen Partner hat, der sich da auch begeistern kann für diese Materie, wo man dann vielleicht auch viel philosophieren kann, wo man gemeinsam auch gewisse Erfahrungen, Seminare, Kurse, Reisen machen kann in diese Richtung rein. Also das ist natürlich so einer Schütze-Venus ganz, ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, das eine ist das Reisen im Geiste, das Spirituelle. Das andere ist das weite Reisen, also die Weltreise. Ist da so eine Analogie dazu? Also da fühlt man sich wohl auf Reisen. Also weit weg fremde Kulturen kennenlernen, offen sein und da Begegnungen knüpfen. Also da fühlt sich so eine Schütze-Venus wirklich wohl. Die Steinbock-Venus, also die nächste Venus jetzt, das ist wieder eine ganz andere Qualität. Das ist wieder eine, die sich zurücknimmt eher. Das ist eine, die auch dominanter und bestimmender ist. Also so eine Steinbock-Venus ist, denke ich, eher als Spröde zu bezeichnen, als jemand, der relativ klare Grenzen aufsetzen kann, wo alles auch klar geregelt ist und wo alles auch gerecht für alle abgeht. Also wo alle so die gleiche Rechte vielleicht auch haben. So kann man sich das vorstellen oder wo so gewisse Strukturen eingehalten werden. Also da geht es auf jeden Fall darum, dass man wieder realistischer ist, wieder kühler ist. Ich könnte mir vorstellen, eben so eine Steinbock-Venus, die fühlt sich wohl, zum Beispiel, wenn man mit dem Partner auch arbeiten kann oder etwas gemeinsam schaffen kann. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder sonst natürlich ist die große Analogie beim Steinbock immer so die Juristerei und Rechtsprechung. Also da wäre auch eine Venus, die sich vielleicht mit so Anwaltsserien sehr wohl fühlt, wo viel verhandelt wird. Also das, denke ich, könnte da ganz gut passen. Die Wassermann-Venus ist natürlich eine, die sich oft vielleicht schwerer entscheiden kann. Also die sieht alle Möglichkeiten und ist vielleicht etwas entscheidungsschwach in ihrem, was möchte ich denn heute machen. Also da würde natürlich ein anderer Pole, ein Partnerin, Partner dazu passen, die dann ein bisschen klarer sind. Also Wassermann-Energie ist halt sehr in der Luft. Das merkt man ja auch, also das ist dann immer sehr nach oben gehend und da weiß man nie, welche Wahl man treffen soll. Da ist man vielleicht so ein bisschen unentschieden auch noch. Aber was dieser Venus auf jeden Fall gefällt, ist eben eine Vision, ist über Visionen sich auch auszutauschen. ist auch ein Partner, eine Partnerin mit jemand, die vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Also so ein bisschen künstlerisch angehaucht, schauspielerisch angehaucht. Also das wären so Themen, die dieser Venus einfach gefallen oder die dieser Venus da faszinieren. Das können auch eben vielleicht auf Bühne sein oder solche Sachen oder im Theater auch sein, im Kino sein. Also das wären so Themen, die da sicher diese Venus ansprechen. Naja und last but not least die Fische-Venus. Also die Venus im Fische ist eine, die fühlt sich natürlich wohl, wenn absoluter Gleichklang herrscht, wenn absolute Einheit herrscht. Das ist fast so ein Verschmelzen wollen mit der Partnerin, mit dem Partner. Das ist so ganz tief, so dieses auf der Seelenebene berührt werden. Auch oft einmal ein bisschen weg von den anderen. Also eher so ein bisschen Rückzug auch mit der Partnerin, mit dem Partner. Also in den eigenen vier Wänden sein. Dort vielleicht gemeinsam einen Vibe finden, sich auszutauschen. Und das kann natürlich auch eine Venus sein, wenn du das stehen hast, wo man immer einen Liebestraum hat. Man kommt dann darauf an, wo es genau steht. Aber das ist dann natürlich auch der Traumpartner. Und das Problem mit so Traumpartnern oder Traumpartnerinnen ist halt einfach, da ist man ja auch mit dem Traumpartner zusammen, mit dem Bild des Partners. Und deshalb kann dann nie wer echter kommen. Also das ist da vielleicht so ein bisschen so eine Gefahr von der Venus in den Fischen. Ja, das wäre so mal die Venus im Tierkreis. Also die Venus durch den Tierkreis. Ja, ich bin gespannt, wo steht denn deine Venus? Was hast du für Erfahrungen? Um das noch genauer zu deuten, müsste man sich natürlich die Häuser auch noch anschauen. Also das ist jetzt nur ganz rein so das Prinzip Venus in den Archetypen drinnen. Und um dann genau zu schauen, auf welchem Gebiet das dann noch wirkt, muss man sich natürlich die Häuser anschauen astrologisch. Aber es sollte mal einen ersten Überblick dir geben. Ja, dann bin ich gespannt auf deine Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ehrini. Tschüss. Aus dem wunderschönen Linz. Ich schätze, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.